Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute geht es um ein Frischprodukt, das man wahrscheinlich auf der ganzen Welt kennt. Um das Hackfleisch. Gehacktes braucht es für die Hamburger aus Amerika, für den Hackbraten aus Deutschland, aber auch für das Moussaka aus Griechenland und natürlich für das Schweizer Nationalgericht. Gehacktes mit Hörnli. Die Mexikaner kämpfen für ihre Tacos ohne nicht aus. Und sogar die verwöhnten Italiener nehmen oft und gerne Hackfleisch. Denken sie z.B. nur an die Soße Bolognese. Gehacktes oder genauer gesagt durch den Wolfträt wird meistens Rindfleisch, Schweiniges oder Kalbfleisch und natürlich auch Lamm. Neben der Vielseitigkeit trägt auch der günstige Preis zur Beliebtheit vom Gehackten bei. Auch bei uns ist es jetzt wieder besonders günstig. Abpacktes Schweizer Rindfleisch und Schweiniges gemischt offeriert Ihnen den Gottmetzger nämlich jetzt zum halben Preis. Und diese Gelegenheit lässt sich Armin Amrein natürlich nicht entgehen. Und präsentiert uns heute Hackfleischkögelchen an einer Currysauce. Grüezi miteinander. Eingeweichtes Brot ausdrücken und zusammen mit einer gehackten Zwiebeln dem Hackfleisch und einem Ei gut knetten. Würzen und mit nassen Händen baumnusgrosse Kugeln formen. Für die Sauce Knoblauchzeichen und Zwiebeln, entgraffelten Öpfel und Bananen im Ankenchor zu dämpfen. Mit Curry und Mehl bestäuben. Dann mit Weisswein und Puyo ablöschen. Jetzt Fleischkögelchen in dieser Sauce zugedeckt köcheln und ab und zu rühren. Noch ca. 20 Minuten rausnehmen, den Sauce-Rahm einfügen, lassen aufkochen und mit Sojasauce, eventuell etwas Curry und Salz nochmals abschmecken. Dann die Kühe zum Durchwärmen zurück in die Sauce geben und zusammen mit Trochereien servieren. Und hier zur Erinnerung nochmals alle Zutaten, die wir gebraucht haben. Brot und Zwiebeln, Hackfleisch, ein Ei, Knoblauch, Äpfel und Bananen, Anken, Curry und Mehl, Weisswein, Puyo, Sauce, Halbrahm, Sojasauce, Salz und Pfeffer. Noch eine Frage, warum eigentlich gemischtes Hackfleisch? Im Schweinsfleisch hat es in der Regel etwas mehr Fett. Darum ist es auch nicht so trocken und es lässt sich gerade auch noch viel besser zur Kugeln formen. Danke Armin. Jetzt aber zu einem ganz anderen Thema. Wenn es mit der Zeit hässliche Flecken auf dem Spannteppich gegeben hat, abgelaufene Stellen zum Vorschein kommen oder wenn das Büsse die Kralle ein wenig zu fest geschliffen hat, dann ist wieder einmal ein Besuch in Ihrem GoPo und Hobbymarkt fällig. Je nach Bedürfnis, persönlicher Vorliebe und Preisvorstellungen können Sie dort verschiedene Pflegelichte, Bodenbeläge aus natürlichen Rohstoffen zum Selberverlegen auswählen. Für besonders starke Beasprachung in allen Bereichen und überall dort, wo es bewegt zu und her geht, bringen unsere verschiedenen Laminatböden lebige Dekore und frische Winde Ihre vier Wände. Auch hochwertige Parkettböden sind einfach zum Verlegen und sorgen für ein gesundes Raumklima. Je nach Qualität kann man es auch abschleifen und neu versiegeln. Und so wird es gemacht. Die Verlegeanleitung sorgfältig lesen, das Werkzeug bereitlegen und schon kann es losgehen. Ganz so schnell wie in diesem Film geht es in der Praxis natürlich nicht. Mit der Verlegeanleitung, die zu jedem Kauf mitgliefert wird und einem Demovideo, das Sie in Ihrem GoPo und Hobbymarkt auslehnen können, werden Sie aber schon bald viel Freude an Ihrem selber verleiten Boden haben. Viel Freude machen Ihnen hoffentlich diese Woche auch unsere Aktionen. Ein Feiererset Primeli als ersten Frühlingsgruss aus unserer Blumenabteilung kostet 6,80. Und alle GoPo Quattro Vollmilch Joghurt kommen Sie 80 Kg günstiger rüber. Mit der GoProfit Karte gibt es USA Vitamin Rice im Duopack zum halben Preis. Sie wissen ja, GoProfit Plus, vorzeigen, sofort profitieren. Mit diesen Hinweisen bin ich am Schluss für heute. Danke, dass Sie Zeit hatten und auf Wiedersehen. Danke. Danke. Danke.